Hallo liebe Leute, heute schauen wir uns wieder AI-Unternehmen an, die es bereits im Internet zu finden gibt. Ich habe hier einige Webseiten gefunden, wo versprochen wird, dass man AI schon einsetzen kann. Das heißt, wir gehen gleich zur Sache und schauen uns an, was es hier für AI-Webseiten gibt. Die erste Seite, die ich gefunden habe, ist die Seite Kamoa, The Fastest Way to Resize Video. Das Video ist für mich als jemand, der viele Videos schneidet, natürlich sehr interessant. Hier können wir eine Free Trial Version machen. Okay, kurzes Explaner-Video. Zum Glück habe ich hier ein Video vorbereitet, das ich für Mission Waves produziert habe und das ich gerne hier im Hochformat machen möchte, damit es auch am Handyboot anschaubar ist. Yes. A few moments later. So, das Video ist oben. Hier haben wir das von mir produzierte Video. Crop Settings as to Portrait machen. 9 zu 16. Two hours later. Da haben wir schon das Video. Super. Ja, das schaut ja super aus. Das ist perfekt, würde ich sagen. Super. Richtig gut geworden. Ja. Na, hier nicht. Macht nichts. Ohne Watermark kann ich es leider nicht kostenlos herunterladen. Ja, schade. Wäre ein sinnvolles Programm, aber ist leider kostenpflichtig. Dementsprechend werde ich das nicht so verwenden können für Hochformat. Egal. Macht nichts. Aber Kamua, interessantes Programm. Wenn man bereit ist, dafür Geld hinzulegen, kann es, denke ich, einiges. Das nächste Beispiel ist HyperWrite. HyperWrite uses the world's most advanced AI, the world's most advanced AI, to help you write better and faster than ever before. Let's get started. Create an account. So, wie funktioniert das hier? Writing type. Short post, blog post, business memo. This is Mission Waves. The first surf camp where you... Try HyperWrite. Click this button and your AI will start writing original content for you. Let's let the AI produce text. Making a difference is one of the most fulfilling feelings in the world. When you find your purpose in life, you are not only making a difference in your life, but also in the... When you find your passion and put it to good use, you feel like your life has repurpose. When you find your purpose, you finally have a good reason to get out of bed in the morning and do what you love. Yes. Also, HyperWrite.ai hat mir hier jetzt einen gesamten Blogartikel geschrieben, der, würde ich sagen, nicht schlecht geworden ist. Also, wie findet man seinen Purpose? Start with a current career. Use your passions. Use your strengths. Use your dreams. Use your values. Das hat die AI hier produziert. Kostenlos für mich. Ich werde das gleich in den Mission Waves Blog übersetzt auf Deutsch hineingeben. Und ich muss sagen, ist ein ziemlich cooles Programm. HyperWrite.ai. Also, wenn man irgendwie einen Writers Blog hat, dann denke ich, ziemlich sinnvoll. Podcastle.ai. Make your voice heard. Welcome to your podcast studio. Our AI-powered production quality tools can help bring your stories to life. Quick to upgrade. Convert text into natural sounding speech. Nice. Probieren wir wieder die Mission Waves Werbung, die ich hier geschrieben habe. Die typen wir hier mal ein. Und let's generate. Und wir müssen uns vorstellen, wie neuartig das alles ist. So. Jetzt hören wir es uns an. Das ist so gut. Und schon habe ich aus einem Text ein Soundpfeil gemacht. Also, für Podcasts zum Beispiel irregeil. Also, das ist etwas, was eben die AI in Zukunft irregut machen wird können. Und was immer mehr kommt. Du schreibst dir einen Text. Daraus wird Sound gemacht. Daraus wird ein Video gemacht. Und du kannst es über alle Plattformen distribuieren. Jetzt muss ich nur noch eine AI finden, die mir daraus automatisch ein Video macht. Also, Podcastle.ai. Also, wenn du daran denkst, einen Podcast zu starten, ist das, denke ich, eine sehr geniale Lösung hier. Das ist so gut. Download. Homer Simpson spricht meine neue Werbung. Star Wars. Obi-Wan Kenobi. You are facing the difficult decision to shape your life. Career path is one of the most important decisions in life. You are not alone. Das ist so gut. Wahnsinn. Also, uberduck.ai ist wirklich schon einsetzbar, weil du einfach keine Synchronsprecher mehr brauchst. Michael Jackson spricht deine Werbetexte auf einmal. You don't know where you want to go in life or you having a hard time choosing a carrier. Jetzt klingt auch mein Bruder rein. I'm just a ziming him and I want to say hi to David. So, was haben wir hier? La 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 dot AI. Extract the vocal and instrumental tracks from any audio. Das ist gut. Ich hab hier ein Pfeil. Bestes Juju in der Wohnung. Besser funktioniert. In unserem Garten Orchidee. Schauen wir mal. Instrumental. Ja. Das hat tatsächlich von einem Video nur das Soundfeil genommen. Hat die Vocals vom Instrumental automatisch getrennt. Und ich kann jetzt hier das Instrumental herunterladen. Jawohl. Ach, perfekt. Also, ich muss sagen, wirklich positiv überrascht. La la l. La l. Dot AI. Also, wenn ihr das mal braucht, funktioniert wirklich einwandfrei. Hier sogar kostenlos. Teilweise verwendbar. Ziemlich genial. Business Name Generator. Generate a short, brandable business name using artificial intelligence. Enter Keywords. Purpose. Career. Yes. Brandable name. Generate. Come on. Activity Wave. Surf Search. Uhu. Wave Voyage. Gleich mit Logos dabei. Surf Love. Also, ich muss sagen, auch nicht schlechte Namen, die hier gefunden wurden. Mission Waves heißt jetzt aber Discovery Wave. Wäre auch geil gewesen. Sky Gal. Ja, nicht schlecht. Okay. Das heißt, wenn ihr einen Namen für euer Produkt oder für eure Firma braucht, hier auf nemelix.com ist the place to be. Hier, muss ich sagen, wirklich gute Namen gefunden. Ja, also, das waren einige AI-Programme, die du heutzutage schon verwenden kannst. Ich finde, da war einiges dabei, was ich persönlich schon einsetzen kann. Wann gerade dieser Namenfinder und dass du Rapper für dich sprechen kannst oder dass du ganze Blogartikel eigentlich so produzieren kannst, irre genial, erleichtert die Arbeit schon ungemein. Wahnsinn, dass da alles schon möglich ist. Ja, wenn du dieses Video sinnvoll fandest, dann bitte teile es doch jetzt mit deinen Freunden. Bis bald. 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 Vielen Dank.